auf los geht's los also erst mal einen kreis und in den kreis zwei augen ist okay ist okay unter die augen ein oval dann oben ein rechteck drauf noch mal zwei ovale hier hier haben wir das ist die maske von dem panzerknacker super und jetzt hier wie so ein rechteck das nach oben gezogen wurde mit ein paar zähnen drin von der maske sehe ich gerade fehlt die untere begrenzung und hier an die mütze noch diesen schirm und dann nimmst du den hier super 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 und jetzt 45 habt ihr noch alles nachzeichen einfach nur nachzeichen was du gemacht hast bis auf wo die sich überlappen kriegst du hin jawohl ich finde das sieht schon sehr sehr gut aus 30 sekunden habt ihr noch ihr geht jetzt sozusagen auf die zielgerade und das soll ich mir jetzt merken ja das merkst du dir so die augen noch schnell genau so jetzt gehen wir langsam wirklich ins finale 15 sekunden ja und noch schwarz machen das hier schwarz machen die maske genau 9 8 7 6 also meiner sieht aus als hat er richtig grad 1 naja ok die nase noch schwarz die nase schnell wirklich also unterschreiben muss das auch auf jeden fall noch ganz klar ist ein kunstwerk ok das kann ich künstlerisch wert danke schön wir halten die mal gegeneinander aber man erkennt dass es der kleine ruder ist so ein großer klang das ist halt der hässliche von den jungs ja der hat gerade eins richtig so der hat gerade einen auf die nase bekommen genau der ist beim ausbrechen gegen den zaun gerutscht